Drei Schritte, vierstellige Einnahmen. Hört sich erstmal wieder so nach einem millionärsmöchtigen Spruch an, ist aber mein Businessmodell, was ich seit drei Jahren fahre, davon sogar Weltreisen machen kann und meinen 300 Partnern ebenfalls beigebracht habe. Wenn du diese Website erreicht hast, bedeutet das wahrscheinlich, dass du ebenfalls Bock auf dieses Businessmodell, drei Schritte, vierstellige Einnahmen hast und deswegen würde ich dir gerne zwei Geschenke machen am Anfang. Damit du erstmal weißt, was ich für ein Typ bin, wie ich funktioniere und wie die Methoden funktionieren, die ich fahre. Das erste Geschenk ist mein E-Book, automatisiert und kostenlos Geld verdienen, meine drei Lieblingsstrategien, wo ich dir in zehn Seiten kurz und knackig erläutere, wie das funktioniert, damit du das ebenfalls für dich umsetzen kannst. Das zweite Geschenk ist, ich würde dich gerne, wie du hier schon auf der Webseite siehst, zu meinem Webinar einladen, was da heißt, drei Schritte, vierstellige Einnahmen. In diesem kurzen, knackigen, 30-minütigen Mini-Webinar, was übrigens nicht so ist wie das typische Webinar, was du von Marktern kennst, die dir erstmal eine Stunde lang ein Ohr abkauen, will ich dir beibringen, wie das ganze Thema Online-Geldverdienen funktioniert. Ich erkläre dir gleich fünf Strategien, fünf Methoden, wie man Online-Geld verdient, zwei davon, wie du sofort starten kannst und habe ebenfalls meine Partneranalyse vorbereitet. Also ich zeige dir sozusagen, was meine 300 Partner falsch gemacht haben und welche Probleme sie hatten und was wir da gemacht haben, um das zu lösen zusammen. Dann kannst du das ebenfalls für dich gleich mitnehmen, damit du diese Fehler nicht machst. Am Ende des Webinars habe ich dann auch eine Überraschung für dich, aber nur für die ersten Teilnehmer, indem ich dir sozusagen die Möglichkeit gebe, kostenlos mein Business-Modell aufzubauen, drei Schritte, vierstellige Einnahmen, die mein Gastwissen sozusagen kostenlos zur Verfügung stelle, damit du dann sofort loslegen kannst und gar keine Zeit verlierst, um entweder dein zweites Standbein aufzubauen oder generell durch Online-Geldverdienen, also dein Online-Marketing sozusagen, selbstständig zu werden bzw. dadurch dein Geld zu verdienen. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist, dich hier rechts in dem Formular einzutragen mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse und natürlich den Wunschtermin auswählen von einem meiner nächsten Webinar. Und ich schicke dir dann sofort mein E-Book mit meinen drei Lieblingsstrategien zu und reserviere dir persönlich einen Platz für das Webinar. Mein Name ist Lars Pielowski. Ich bin als der Win-Win-Marketer bekannt und Gründer von kostenlos und automatisiert Geld verdienen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Webinar sehen und ich dir mein Buch zuschicken kann. Und wenn du da auch drauf Bock hast, dann trag dich jetzt hier in dieses Formularfeld ein und dann sehen wir uns im Webinar.